Und die, die wirklich die Politik gestalten, die machen das ja vorher. Und wenn es dann aktuell bei uns auf den Tisch kommt, haben wir eigentlich kaum noch eine Chance, darauf zu reagieren. Dann ist eigentlich schon alles abgedealt. Das, was dann in den Showkämpfen im Bundestag passiert, wo sich immer alle darüber aufregen, warum da so wenig Abgeordnete sitzen, das hat eigentlich überhaupt keinen Wert, weil was da passiert, ist nur noch ein Showkampf. Die wichtigen Entscheidungen, die finden parallel in anderen Räumen statt, wo die Abgeordneten sitzen, die dann in fehlenden Pläne. Das ist die Realität, die man wissen muss.